Das ist die Galenikerin Dr. Annette Pauli-Bruns. Schon in der Schule mochte sie am liebsten Biologie, Chemie und Physik. Sie entschied sich für ein Pharmaziestudium. Der Tipp eines Bekannten brachte sie auf ihr Doktorarbeitsthema im Bereich Galenik. Doch was macht eine Galenikerin eigentlich? Sie macht aus Wirkstoffen Medikamente, die Patienten einnehmen können. Die Galenikerin findet dafür die richtigen Zusatzstoffe, die außer dem Wirkstoff noch gebraucht werden. Dabei verfolgt sie zum Beispiel das Ziel, das Medikament noch besser verträglich und haltbar zu machen. Das Ergebnis ist dann etwa eine neue Insulinlösung, die sich Patienten mit einem Pen verabreichen können. Durch raffinierte Galenik lassen sich Medikamente in vieler Hinsicht verbessern. Dann müssen zum Beispiel Patienten statt drei Tabletten täglich nur noch eine einzige Retardtablette einnehmen. Die gibt den Wirkstoff nur langsam ab. Oder aus einer bitteren Pille wird eine Tablette mit neutralem Geschmack. Das ist besonders wichtig für Kinder. Wenn ein neues Medikament entwickelt wird, erarbeiten die Galeniker dafür zunächst eine erste Rezeptur, mit der die Erprobung beginnen kann. Sie nennen sie Early Formulation. Die verbessern sie dann, bis sie dann als Late Formulation zulassungsreif ist. Dabei ist der Weg zum Ziel oft steinig. Manche Rezepturen müssen verworfen und durch bessere ersetzt werden. Und längst nicht jedes Medikament wird auch zugelassen. Pauli Bruns hat es aber bereits mit einem Medikament geschafft. Ein großer Erfolg für die Forscherin. Klar, Pauli Bruns ist Wissenschaftlerin. Aber auch Schriftstellerin und Managerin. Damit Behörden Medikamente zulassen können, schreibt Pauli Bruns für sie ausführlich deren Entwicklungsgeschichte auf. In sogenannten Dossiers. Jede der drei Phasen der Erprobung mit Gesunden und mit Patienten wird daran ausführlich mit allen Ergebnissen dargestellt. Als Managerin koordiniert sie ein großes Team von Forschern. Und wenn in ihren Labors die Arbeit an einem Medikament abgeschlossen ist, dann zählt der Technologietransfer. Auch der Produktionsbetrieb braucht das Wissen, wie das betreffende Medikament exakt hergestellt werden muss. Ein vielseitiger Beruf. Anette Pauli Bruns würde ihn noch einmal wählen.